Ich habe Joyland von Stephen King gelesen und ist das wirklich ein unheimliches Vergnügen? Ist es das? Ein unheimliches Vergnügen? Ist es das? Ja, liebe Leute, herzliche Willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim, ich lade auf diesem Kanal Buchvorstellungen und sonstige Videos zu Geschichten und Büchern hoch. Wenn dich das interessiert, dann klickt doch gerne auf Abonnieren. Ich würde mich freuen und jetzt fangen wir mal mit dem Video an. Ja, ich habe endlich mal Joyland gelesen. Zur Story dazugehört, dass ich das tatsächlich 2019 schon mal angefangen hatte und abgebrochen habe, ziemlich schnell. Aber ich glaube, das lag halt zum Teil an der Story, aber halt zu einem anderen Teil auch daran, dass ich gerade ein anderes Buch auf meinem Buchstabel hatte, was ich gerade lieber lesen wollte. Und dann ist Joyland einfach ein bisschen hinübergefallen. Aber natürlich ist es halt, wie man daran schon merkt, nicht so spannend gewesen, dass es mich irgendwie von Seite 1 angepackt hat. Und jetzt habe ich mir tatsächlich gedacht, ich muss es jetzt schon nochmal irgendwie lesen. Irgendwie so ein abgebrochenes Buch, gerade von Stephen King, ist dann schon irgendwie ein ungutes Gefühl. Man muss es schon mal dann, ja, vor allem es hat nur 350 Seiten, das werde ich ja wohl mal durchlesen können. Und habe ich getan und hätte ich nicht gebraucht, weil ich meine, es hat mir nichts, rein gar nichts gegeben. Und ich nehme dieses Video gerade zum zweiten Mal auf. In der ersten Version habe ich nämlich wirklich sehr, sehr abgerantet über dieses Buch und habe es wirklich als ein schlechtes Buch bezeichnet. Habe noch versucht, das zu rechtfertigen, weil ich das ja sonst irgendwie nicht so mache. Ich sage ja immer, nur weil es mir nicht gefallen hat, ist es ja nicht gleich ein schlechtes Buch. In der ersten Version dieses Videos habe ich das über Joyland allerdings schon gesagt und dann habe ich hinterher gedacht, nein, Tim, das ist Schwachsinn. Ich hatte wirklich ein bisschen, ja, ein ungutes Gefühl, weil ich gesagt habe, das wäre ein schlechtes Buch und möchte das jetzt einfach nochmal richtigstellen. Es ist kein schlechtes Buch oder ich möchte da nicht drüber urteilen, weil vielleicht ist es ein super, super gutes Buch über das Leben von diesem Devin Jones. Das ist der Hauptfigur, der ich erzähle auch aus dieser Geschichte. Ich finde nur in dem Aspekt, dass es halt einfach nicht das verspricht, was hinten drauf steht, finde ich es enttäuschend, weil hier wird es angeworben als ein unheimliches Vergnügen oder Kings Horrorroman über die Mechanismen unserer Erinnerung ist ein kleines Meisterwerk. Was mich daran stört, ist Horrorroman, weil nein, es ist definitiv sowas von absolut kein Horrorroman. Da ist es eher noch ein Krimi als ein Horrorroman und dann Mechanismen unserer Erinnerung kann ich nichts mit anfangen. Ich habe das Buch gelesen und ich weiß nicht, was das heißen soll, also was dieser Dennis Scheck vom Tagesspiegel einem damit sagen möchte. Und kleines Meisterwerk in meinen Augen absolut nicht. Denn, naja, es wird mir versprochen, dass das ein Horrorroman sozusagen ist über einen untergetauchten Mörder und ein Kind in einer Geisterbahn, die sich da treffen. Das war quasi ein Mord in einer Geisterbahn und eine junge Frau ist da ermordet worden. Und manche Leute haben gemeint, wenn sie durch diese Geisterbahn fahren, sehen sie die da stehen und sie beobachten. Und das ist das, was von Anfang an auch innerhalb dieser Geschichte so ein bisschen angeteast wird, wo man denkt, boah, das wird schon eine schaurige Geschichte irgendwie. Aber das wird gar nicht mehr aufgegriffen irgendwie. Der Rest des Buches ist dann, wie gesagt, doch mehr ein Krimi, in dem versucht wird rauszufinden, wer denn dieser Mörder jetzt war. Und ja, inmitten dessen steht halt dieser Student, dieser Devin Jones, der halt 21 ist und einfach gerade ein paar Probleme in seinem Leben generell hat und jetzt so ein bisschen eine Bedeutung durch diesen Job da in diesem Vergnügungspark Joyland findet. Und deswegen finde ich es auch irgendwie passender zu sagen, es ist einfach eine Biografie über ihn, so eine Autobiografie. Er schreibt einfach, er ist jetzt mittlerweile sehr viel älter, ist irgendwie ein alter Mann und schreibt jetzt über diese Erlebnisse in diesem Joyland Park damals, als er 21 war. Und naja, da geht es um seine Liebe, um Selbstfindung von ihm und so, aber halt nicht um eine Horror Story. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Ich meine, ich habe am Anfang noch gedacht, okay, ja, 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 Stephen King muss man erst ein bisschen reinfinden in sein Buch und es dauert ein bisschen, bis dann der eigentliche Plot losgeht, aber plötzlich war ich bei der Hälfte und der eigentliche Plot ist noch nicht losgegangen. Ich habe mich gefragt, wow, was zur Hölle? Also wenn man wirklich von, auf Seite, man hat 350 Seiten und man ist auf der Hälfte und der eigentliche Plot ist noch nicht wirklich losgegangen, dann habe ich das Buch mal kurz abgebrochen und weggelegt und was anderes gelesen und dann dachte ich mir, gut, ich will aber nicht schon wieder dieses blöde Buch abbrechen. Es hat nur 350 Seiten, das wirst du ja jetzt wohl noch hinkriegen. Und dann habe ich es zu Ende gelesen und ja, es sind dann irgendwie ein bisschen mehr Dinge passiert, aber immer noch nur sehr, sehr wenig. Und am Ende, ja, findet es halt ein Ende, aber es ist kein, kein gruseliges Ende. Es ist kein Horrorroman, sowas von absolut nicht. Es ist, ich finde es eine Frechheit, das als Horrorroman zu bezeichnen. Ich kann das sowas von null nachvollziehen, aber ich merke auch gerade so ein bisschen, ich rante halt zu viel über dieses Buch ab. Ich meine, es ist jetzt cool, ein bisschen aus meiner Sicht davon zu erzählen, aber ich komme wieder auf den gleichen Schluss wie nach der ersten Version dieses Videos, wo ich gesagt habe, das wäre ein schlechtes Buch. Und naja, es ist wahrscheinlich kein schlechtes Buch. Es ist nur nichts für mich. Mich hat es nicht gepackt, mich hat es nicht interessiert. Aber wenn du dir denkst, wow, cool, einfach so eine Autobiografie von diesem jungen Mann, wie er sich versucht, selbst zu finden, wie er versucht, über eine verschmähte Liebe hinwegzukommen, wie er seinen Platz im Leben, in der Weltgeschichte versucht zu finden und so ein bisschen dieses Setting von einem untergetauchten Mörder in einem Freizeitpark sozusagen. Und so, das ist tatsächlich, muss ich halt einfach sagen, es ist, finde ich, mehr ein Krimi, als dass es ein Horrorroman ist. Aber wenn dir das alles gefällt, dann ist es möglicherweise ein sehr, sehr gutes Buch. Weil wenn man mal nur diesen Charakter betrachtet, das ist halt, das ist halt schon ein, es ist ein guter Charakter. Man kennt ihn sozusagen, er ist es klar geschrieben. Ich finde ihn jetzt auch nicht so sonderlich interessant, aber das mag ja alles Geschmackssache sein. Für mich ist es das Stephen King Buch, glaube ich, von allen, die ich jemals gelesen habe, was ich am langweiligsten fand. Und was du jetzt damit anfängst mit dieser Info, ist deine Sache. Für mich ist es das. Und naja, es wird wieder Besseres von Stephen King kommen und ich werde es lesen.